Diese etwas beleibte Kreatur kommt euch wahrscheinlich bekannt vor, richtig, wir sind im Star Wars Universum. Das hier ist aber nicht Jabba the Hutt, sondern Vogga the Hutt, denn in Knights of the Old Republic 2 spielt, wie schon der Vorgänger, weit, weit vor den Ereignissen aus den uns allen bekannten Filmen. KOTOR 2 nutzt die gleiche Technik wie der Vorgänger, spielerisch gibt es eigentlich nur marginale Unterschiede, auch einige Planeten werden euch aus dem Vorgänger, so ihr ihn denn gespielt habt, bekannt vorkommen. Der eine ist Korriban, das ist der Planet, auf dem die Sith-Akademie steht, der andere, den seht ihr hier, ist Dantuin, aber wie Kenner des Vorgängers leicht sehen werden, von der Jedi-Enklave ist nicht mehr viel übrig geblieben. Das heißt, selbst die Planeten, die ihr erneut besucht, haben sich ziemlich drastisch verändert. Aber es ist natürlich längst nicht alles recycelt, ihr besucht auch eine Menge neuer Orte. Hier befinden wir uns zum Beispiel auf einem Mond um den Planeten Onderon herum, da seht ihr auch gleich einige der wenigen grafischen Neuerungen, einige nette Wettereffekte wurden hinzugefügt. Ihr solltet euch sowieso nicht so viel Sorgen ums Recycling machen, das Spiel ist nämlich insgesamt deutlich umfangreicher als der erste Teil. Das heißt, wenn man die Planeten, die so ein bisschen recycelt sind, abzieht, und auf denen passiert ja immerhin was Neues, bleibt immer noch die gleiche Netto-Spielzeit wie im ersten Teil mit komplett neuen Örtlichkeiten. Kurz ein paar Worte zum Kampfsystem. Wie im Vorgänger laufen die Kämpfe prinzipiell in Echtzeit ab, lassen sich aber jederzeit auf Knopfdruck unterbrechen, damit ihr euren Gruppenmitgliedern neue Befehle geben könnt. Unten links, die Kommando-Leiste ist ein bisschen breiter geworden, es gibt Felder für eure Angriffe, für Granaten, für offensive Jedi-Kräfte, defensive Jedi-Kräfte, für die Gegenstände, die ihr einsetzen könnt. Und ganz neu, ein Feld für die sogenannten Lichtschwertformen oder spezielle Machtstile, das ist zum Beispiel diese lila Kugel da. Das sind Sonderfähigkeiten, die ihr im Laufe des Spiels dazu lernt und die euch im Kampf helfen. Dazu erkläre ich euch ein bisschen mehr im Test im Heft. Grundsätzlich kann ich Kennern des Vorgängers nur sagen, euch wird das ganze Spiel etwas leicht vorkommen. Die Kämpfe sind alle relativ leicht zu bewältigen. Neulinge werden allerdings wieder eine Zeit brauchen, bis sie sich da reingefuchst haben. Kampftipps findet ihr übrigens im Tippsteil im Heft. So, hier seht ihr in einer der ca. 60 Zwischenszenen des Spiels einen der neuen Bösewichter. Der gute Mensch hier heißt Darth Nihilus. Zu viel zur Story will ich aber gar nicht sagen, daher lieber noch ein paar Worte zur deutschen Version. Alles ist synchronisiert, was ja prinzipiell erstmal löblich ist. Die Sprecher sind allerdings, sagen wir mal, miserabel bis okay. Die Übersetzung geht in Ordnung, auch wenn es ziemlich viele Tippfehler gibt und einige Begriffe und Gegenstandsnamen vergessen wurden. Für diejenigen unter euch, die ab überlegen sind, ob sie sich die deutsche Fassung zulegen oder vielleicht doch die englische aus dem europäischen Umland besorgen sollen, habe ich ganz zum Schluss unseres Berichtes einfach mal beispielsweise zwei Figuren genommen und zeige euch jeweils eine kurze Szene aus dem englischen Original und eine aus der deutschen Übersetzung, so dass ihr selber entscheiden könnt, ob sich der Import lohnt. Wie ein Geräusch, ganz leise noch zu hören. Und als ich es hörte, konnte ich es nicht ignorieren. Ich gebe zu, dass das auch mir verborgen ist, aber die Bindung ist stark und wurzelt tief. Mir scheint, dass in Zeiten der Anspannung und der Schmerzen, wenn wir unvorbereitet sind, der Schmerz von einem auf den anderen übergeht. WDR mediagroup WDR mediagroup WDR mediagroup WDR mediagroup WDR.